So, moin moin, weiter geht's mit... Hey! Ähm, 4-4. In der Base, ich weiß gar nicht mehr, was ich zuletzt vorhatte. Ich weiß nur, was ich diesmal vorhabe. Und zwar... Werde ich... Die Base zurücklassen? Ich hab keine Ahnung. Wegen meinem... Beton... Hab ich letztmal, glaub ich, gesucht. Oder herausfinden wollen, wie ich das herstelle. Jedenfalls werde ich diesmal... Ähm... Warte mal, hab ich... Ausrüstung? Ne, hab ich nicht wirklich. Gut, dann werde ich wohl mit dem Ding... Klarkommen müssen wir wieder. Ich werde mich auch zu einer... Mission begeben. Ich hab keine Ahnung... Wo dieses Diamond City ist, wo ich mich hinbewegen sollte. Absolut nicht. Absolut nicht. Wer nicht gefressen hat, wer nicht... Gefressen. Damit muss ich dann wohl leben. Aber wir haben auch die Stadt noch nicht voll... äh... ständig erkundet. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie die hieß. Das war auf jeden Fall nicht Diamond City, glaub ich. mit dem... Concord... ... ... ... ... ... ... Ich glaub ich war eben ein bisschen leise. Ich hab's jetzt mal ein Stück hochgestellt. Ich werde da wahrscheinlich versuchen, irgendwas an der Audioqualität hochzustellen. Okay, der Zeitungsständer wurde gelootet, aber da hinten kommen neue Gebäude. Ich will hier ungern in Concord bleiben. Zumindest... ... ... ... ... ... ... ... Menschen, der ist. Da hinten ist noch eine Riesenstadt. Seh ich grad. Ich muss halt immer... ... drauf achten, wo ich hinlaufe. Liegt das? Äh... Vielleicht ist da oben irgendwas. Da unten brennt auch ein Licht bei den Satelliten. Aber scheint hier nicht... Oh, da unten ist auch Licht. Mit dem Feuer. Scheint hier nicht allzu... ...viel los zu sein. Ich werd mal da hinten gucken, bei diesem... ...Wasserturm oder was das ist. Wenn mir hier irgendwas frisst oder angreift, ja dann... ...war's das. Für mich. Muss ich mit leben. Super Kleber. Schlafen, na dann schlafen wir mal. Jetzt seh ich gar nichts mehr. Äh... Das kann ich nur vermuten. Ich komm von... ...daaa... ...dann sollte irgendwo vor mir denn dieser Wasserturm sein. Zu dem ich hinwollte. Ich hab halt immer Schiss, dass ich nie wieder... ...zurück dahin finde, wo ich herkomm. Aua! Radkakerlakenfleisch. Stimpunk. Red X. Schachtel Zigaretten. Nehm ich mit. Schmutziges Wasser ist besser als gar kein Wasser. Ich hab halt auch überhaupt keine Ahnung, was hier wertvoll sein könnte und was nicht. Und ich seh schon, komm ich werd nie wieder zurück... Ich seh schon, komm irgendwo kommt hier gleich was großes aus dem Boden. Und hat Hunger auf mich. Oh man, dieser Sound. Alter, hier bleibt jedes mal das Herz stehen. Hier läuft irgendwo ein Radio. Hier läuft irgendwo ein Radio. Alter, was?! Was war das denn? Ich hab die Mine grad noch gesehen und wollte weglaufen. Was war... Hä? Ich glaub, an Fallout werde ich noch ne Menge sitzen. Wenn nicht sogar Monate noch. Boah. Und jetzt ist mein Hund auch nicht mehr da, oder? Doch, Gott sei Dank. Alter. Das war jetzt aber... ganz mies. Aber es sah geil aus. Das muss man in den Entwicklern lassen. Wo ist jetzt der Wasserturm? Der war da vorne. Und hier unten war jetzt die Tankstelle, ne? Nee, die war da vorne, aber da geh ich jetzt nicht noch mal hin. Das Ding ist, ich weiß nicht, wo... Feindgebiete sind. Benzinkanister. Ja, das muss man alles... in die Tür von der Karte ausführen. Ich gebe mir das nicht zu schützen. Ich nehme dich. Ich nehme dich um, und muss mich an. Ich nehme dich zum Schmacken denken. Ich nehme dich zu lassen. Alter, die zerfleischen da draußen mein Hund. Aber ich kann jetzt nicht rausgehen, sonst bin ich der Nächste. Da hat der Hund jetzt ganz einfach mal Pech gehabt. Das Problem ist, ich kann jetzt auch schlecht rausgehen. Oh man, ich bin so ein Arschler. Aber lieber ich. Ja, lieber die anderen wie ich. Ich habe zu viel. Aber ich weiß auch nicht mehr, wie ich auf mein Inventar zugreifen kann. Oh, Alter, komm rein. Oh mein Gott. Ey, warum mach ich denn immer die Tür auf? Jetzt zu kämpfen wäre dumm. Ne, ich will jetzt nicht. Wie mach ich denn immer mein Inventar? Tor so, okay, da sind Gegner. Ah, hier Kreis. Kreis. Schrott. Gewicht. Ablegen. Mein Gott, das war aber auch fies gemacht eben. Ach, leck mich am Arsch. Dein Bein wurde verkrippelt so, dass du nicht mehr rennen kannst. Heile deinen Körper mit deinem Stimpunk. Alter, was? Was gibt's hier denn alles? Die Welt ist böse. Das wäre schlimm für mich, glaube ich. Ich will jetzt nicht. Ich will jetzt nicht schon wieder... Oh, was ist das denn? Messing-Laterne. Nee, Inventar war hier, genau. Ich kann ja auch gucken, was einen Wert hat und was nicht. Putzmittel. Hier hat eigentlich alles einen Wert, glaube ich. Schlüssel zum hinteren Lager. Ein Eichhörnchen bissen. Ich kann schon wieder nicht rennen. Und ich verwechsel das immer. Baby-Rassel. Benzin-Kanister. Ablegen. Und ablegen. Vielleicht bleiben die hier liegen, dann weiß ich theoretisch, wo ich die hab. Oh Mann, das war aber auch mies gerade. Ich hoffe, mein Hund hat's überlebt. Okay, hier wurde... Essen hergestellt. Mein Hund... Ist dahinten. Gott sei Dank. Dahin will ich. Bläh, Fliege. Längs sinken. Längs sinken. Keine Ahnung. Auf jeden Fall nicht Diamond City. Okay. Aber vielleicht gibt's ja auch das eine oder andere. zu tun. Ich will jetzt nicht die Häuser looten. Ich hör doch was. Alter. Alter. Alter, Zombies. Was? Meine Güte. Wo kamen die denn her? Alter, was hab ich jetzt erschossen? Von irgendwo wurde aber auf die geschossen. Von irgendwo wurde aber auf die geschossen. Au. Vermutlich von demselben Typ, der auf mich schießt. Der wird nicht freundlich sein. Haltet die Augen offen. Ich glaub das Arschloch benutzt ein Stealthboard. Scheiße, hier sind überall Zombies. Eröffnet das Feuer. Eröffnet nicht das Feuer. Mich hört der zwar sowieso nicht. Leck mich am Arsch. Und? Komm mit. Komm mit. Warum will mich denn hier alles töten, Mann? Ich hab euch nichts getan. Aber es will mich alles töten. Ich muss halt irgendwo einen Platz finden, wo ich relativ sicher bin. Alter, die verfolgen mich. Es gibt sie. Da vorne ist Licht. Vielleicht ist da Sicherheit. Das kann doch nicht alles böse sein. Spring doch. Ach. Leck mich. An. Profi-Loch. Ich verschieß alles. Granate. Ist hier eine Granate? Hier ist auch nichts nett. Mann. Hier oben ist noch eine Hütte. Aber die ist offen. Ich muss doch nur irgendeinen Platz finden, wo ich sicher bin. Da bin ich definitiv nicht sicher. Alter, warum sind die überall Bären auf einmal? Ich will nicht schon wieder sterben, bitte. Oh, zur Hölle. In welcher Gegend bin ich? Das ist doofes. Ich hab halt auch keine Karte, wo ich gucken kann. Wo ich hinkommen sollte. Wo ich herkomme. ETC. Was ist das jetzt? Eine Riesenmücke oder was? Eine Riesenmücke oder was? Das frisst mich. Alter. Das griff doch einfach. Warum ist alles böse in dieser Welt? Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, aber ich glaube schon. Ich habe auch ein mieses Gefühl, wenn ich jetzt hier runter gehe. Aber da ist ein Bunker oder sowas. Vielleicht bin ich da sicher. Mach auf. Ich weiß nicht, wo ich hier bin. Alter Falter. Bunsenbrenner kann man sicherlich mal gebrauchen. Malpinsel brauche ich wahrscheinlich erstmal nicht. Aber auf dem Stuhl kann ich mich hinsetzen. Stimpunk zwei Stück. Schlosserhammer. Aufzug, kein Strom vorhanden. Tja, das stört mich erstmal nicht. Das war es nämlich mit der Folge. Outlast wollte ich schon sagen. Wie komme ich auf Outlast jetzt? Fallout 4. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschau! Tschau! .